Salute, mein Name ist Florian Mattis, ich bin Geschäftsführer der La Dolce Vienna. Wir machen Wein-Picknicks in Wien, indem wir euch mit der Arpe direkt hier in die Weinberge bringen, vom Weingut Christ. Ihr bekommt auf Wunsch natürlich natürlich ein Wein dazu auf dem Weg hierher schon. Danach habt ihr hier die Möglichkeit euch überall im Weingarten mit eurer Picknick-Decke, mit eurer Brotzeit, mit eurem Wein aufzuhalten. Wir bieten das an für Paare, für Gruppen. Ja, das sind unsere Arten, mit denen ihr abgeholt werdet, typisch italienisch. Das ist, würde ich mal sagen, Italien-Urlaub in Wien. Wir fahren das täglich von 16 Uhr an und um 18 Uhr auch noch mal und es dauert immer so zweieinhalb Stunden, manchmal auch drei, je nachdem wie viel drauf sind und ich kann es euch schwer empfehlen, hier einmal Urlaub in Österreich zu machen mit dem italienischen Kick. Salute! Alles Weitere findet ihr auf unserer Website ladolcheviena.at. Wie soll es auch anders sein. Ciao cauer. Ciao cauer. Ciao! Ciao!